So und hallo Freunde und willkommen zu einem weiteren Let's Play von mir. Ich bin Sascha und heute habe ich ein wenig Unterstützung mitgebracht, nämlich eine Freundin von mir, Christine. Ja, kann total was sagen. Hallo. Und wir spielen heute Five Nights at Freddy's. Sie hat mich dazu gezwungen, Horrorspiel zu spielen. Es wird schrecklich. Wir sind Sicherheitsbeamter in einer Pizzeria, soweit ich das mitbekommen habe. Und nachts passieren da komische Sachen mit den Figuren. Wir müssen auf jeden Fall versuchen, fünf Nächte zu überleben. Und ja, ich hoffe, ich werde das schaffen. Okay, und ich glaube, es ist abgestürzt. Ah, nee, es funktioniert gut. Folgendes Jahr mehr unten. Oh, krass. Ähm, ich werde anrufen. Hey, will ich schon? Coole Frage. Ähm, nee, der erzählt jetzt irgendeinen Scheiß, wen es interessiert. Äh, zu. Ich bin selber ruhig. Ich bin selber ruhig. Ja, ich bin selber ruhig. Ähm, ich bin selber ruhig. Ähm, ich bin selber ruhig. Was ist das? Ich warte erst mal bis der fertig geredet hat, sehr schrecklich. Das kann noch ewig dauern. Danke lieber Gott, er hat aufgehört zu reden. Ich habe jetzt hier ganz kurz geschnitten, bisher ist nichts weiterhin passiert. Schauen wir nochmal in die Kamera. Noch alle da, noch alle da. Hier hat sich nirgendwo was verändert, auf die zwei Räume müssen wir genau achten. Okay, kurz mal hier reinklutschen. Und hier, das Problem ist wirklich der Akku. Weil, wenn kein Akku mehr da ist, geht das nicht überall aus und die Viecher könnten uns theoretisch töten. Und der Akku ist dann für irgendwer? Ja, der lädt sich nicht mehr auf. Genau, also momentan bewegt sich hier gar nichts. Ja mach mal, bewegt dich. Ich kann mich nicht bewegen. Ja, muss jetzt warten, bis da irgendwo Teddybären sind. Ja, zum Beispiel. Die erste Nacht ist wirklich eher langweilig. Ich denke, ich werde vielleicht noch gleich eine Nacht hinten dranhängen. Und werde die hier schneiden. Da ja noch nichts passiert. Äh, wir müssen hier bis 6 Uhr durchhalten. Oh Gott. Die Ente ist weg. Hallo. Okay, die Ente ist weg. Jetzt mal wieder raus. Ah, und da kommen dann die Viecher rein. Ja. Und was ist, wenn die Viecher reinkommen? Musst du die denn töten? Sie sind weg. Die Ente ist weg. Nein, bitte. Wo ist die Ente? Ich sehe keine Ente. Okay, wir haben 50%. Das müsste reichen, theoretisch. Oh Gott, der andere ist auch unterwegs. Der steht hier. Aber wo ist die Ente? Oh Gott, der ist hier nicht. Hi! Der steht direkt da. Ich will es aber nicht zumachen. Ah, Kuss. Es ist weg. Ah, nee. Doch, es ist weg. Oh! Der steht noch da. Na komm schon, du Arschlacher. Das ist jetzt nur in der ersten Nacht. Das ist noch wirklich harmlos. Das ist weg. So, und, ähm, ihr seht, mein Ankur hat schon ziemlich an Kraft verloren. Ähm, okay. Gut, die erste Nacht überstanden. Wir machen gleich eine zweite Nacht. Bis gleich. So, ähm, wir sind wieder hier. In der zweiten Nacht. Ähm, ich werde den Anruf diesmal muten. Weil er nervt noch. Gut. So. Okay, es geht aus dem Gleichnis. Einer ist schon unterwegs. Okay. Wo stehst du denn, Schätzchen? Da ist er. Sonst sind sie stehen noch. Okay. 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 Oh, hi. Auf die hier müssen wir auch genau aufpassen, weil die fängt an zu rennen. Die kommt dann hier in dem Raum einmalen und dann ist es vorbei. Ähm, er ist wieder weg. Ist er da? Ja, da steht er. Gut, ich hab noch zu viel Akku. Wo war denn da? Okay, dusch ich da. Ich war jetzt einfach mal kurz bis hier, bis nachts weich. Ich mach hier vielleicht manchmal das Licht an. Aber das war's noch. Okay, jetzt nehmen wir noch weiter. Du stehst hier, du stehst hier. Okay. Okay. Und die ist noch da. Ich kann's nicht sicher machen. Nee, ich hab zu oft's dich dann gemacht. Erst weg. Erst weg. Erst weg. Ich bin tot. 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 Oh, fuck. Nicht aufs Gleichgewicht. Verdammte Scheiße. So, Freunde. Nach zwei zweiter Versuch. Ich versuch nicht so oft das Licht anzumachen. Äh, okay. Ja, jetzt sind eh noch alle da. Du klubst auch noch nicht. Also warten wir jetzt erstmal. Kurz. Ähm, folgendes ist der Binding of Isaac Part, den ich schon lange angekündigt hab. Den muss ich jetzt erstmal alleine hochladen, da Simon momentan keine Lust hat. Und... Ja. Aber Binding of Isaac ist wirklich ein geiles Spiel. Ich empfehle es wirklich jedem. Und... Er ist weg. Äh, auf Enti müssen wir auch aufpassen. Die kommt nämlich, soweit ich weiß, von hier. Ist so oft. Okay. Er verschwindet, er wird jetzt hier rein gehen. Ja, hier geht er rein. Ja, hier ist er. Okay. Noch alle da? Nee, Enti ist weg. Enti. Wo ist Enti? Enti? Hier ist kein Enti. Im Frauenclub. Oh, scheiße. Wo ist Enti? Enti? Oh Gott, er ist auch weg. Okay, das steht hier. Ich find Enti nicht. Enti ist weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin gleich tot. Verkacke ich's wieder. Ich verkacke. Nicht. Doch. Neee. Neee. Okay. Jetzt bleiben wir mal ganz ruhig. Vielleicht doch nicht. Oh, er ist weg. Er ist weg. Er steht an der Tür. Mann, ihn doch nicht. Bitte. Hier. Hier vielleicht. Das Handy nicht da ist. Mach die Kacke weg. Ich lass das nicht so aufzudrücken. Ja, boah, boah, boah. Okay, ich hab Schritte gehört. Er ist da. Da ist er. Er ist weg. Glaube ich. Nee, er steht wieder da gut. Alter, wir haben schon 30% verloren. Dann ist es nämlich mal eine Stunde mehr rum. Okay. Ich muss noch mal reinschauen. Okay, er hat sich bewegt. Er bewegt sich. Jetzt warten wir kurz. Er steht hier, okay. Er steht nicht mehr hier. Ah, er steht jetzt hier. Denke ich. Ja, er steht jetzt direkt vor der Tür. Dann müssen wir jetzt kurz darauf achten, dass er sich nicht verbewegt. Ich will Anti finden. Ist doch scheißegal. Und ich lass da nicht so oft draufdrücken. Er macht jetzt schon das Tor zu. Oh, er ist immer noch da. Kein Problem. Kein Problem. Aber wo ist Anti? Der ist immer noch da. Er ist schon Anti. Anti? Ja, das ist eine Ente. Sascha. Der ist noch da, oder? Ja. Okay, jetzt verbrauchst du das richtige Akku. Okay, der ist hier. Ne, der ist jetzt nicht mehr da. Ja, danke. Andy, mach doch zu! Wie lange brauchst du, um das zuzumachen? Die Schönheit hat mich so verblüht. Ja. Okay, der steht noch da. Blöde Schlampe. Andy und der blöde Schlampe. Ja, was ist die Liebe? Alter! Jetzt bist du der Gamm. Das macht ihr absichtlich. Ja, ach ne. Guck doch mal da unten. Ich guck jetzt mal ganz hier rein. Okay, der ist wieder weg. Oh, scheiße. Ah, ne, doch nicht. Alter! Du verbrauchst meinen ganzen Akku, weißt du das? Ich such den anderen Typ. Da ist er. Andy ist immer noch da. Ja. Okay, okay, okay. Okay, 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 okay. Ganz ruhig bleiben. Ende ist weg. Dankeschön. Okay, okay. Okay, wir sind in der Marsch. Wir dürfen noch 10% verbrauchen. Wer möchte hier? Ende ist hier. Okay, ich will jetzt einfach gar nicht mehr auf die Kameras schauen. Dann noch. Ja, gar nicht mehr. Okay, dann noch 25% für zwei Stunden. Oh Gott, das ist jetzt so knapp. Auf der anderen Seite, oder? Ja trotzdem, ich guck. Auf beide mal, vorsichtshalber. So, das jetzt will ich sagen, aber ich bin leicht angespannt. Er ist nicht mehr da. Macht nichts aus. 18%? 18%? Oh Gott! Oh, fuck! Okay, versuchen wir nach zwei Mixed-Part, Freunde. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Die erste Nacht werde ich ein bisschen schneiden. Der nächste Pappelt mit mir aufgenommen, mit Webcam. Und okay, dann bedanke mich fürs Zuschauen und haut rein. Bis dann! Tschüss!